Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und eben habe ich ja noch die andere Folge mit den Mega-Entwicklungen und ob das heute kommt, angekündigt, rausgebracht, rausgehauen. Es ist nämlich jetzt nach 0 Uhr, der schlaflose Ramse ist immer noch. Und ich habe ja schon gesagt, dass das immer noch nicht offiziell angekündigt ist, aber was offiziell angekündigt ist, ähm, es sind die Raid-Bosse im September, der Feldforschungsdurchbruch im September, die Spotlight-Stunden im September. Und das wollen wir uns jetzt anschauen, denn heute im Stream, im Raid-Mania-Stream, wurde ich auch schon gefragt, was ich denke, was die nächsten Spotlight-Stunden werden. Ich habe natürlich gesagt, äh, Shigiglumanda-Bisasam, ne, verstehst du? War natürlich nicht ernst gemeint, aber wir gucken uns jetzt mal die Spotlight, beziehungsweise den Event-Kalender für September an. Oder das Event, irgendwas. Ihr habt da das offiziell, was halt, da steht stumpf alles drin, was man braucht. Wir wollen es aber schöner haben mit Bilders. Also mit Bildern. Der neue Forschungsdurchbruch. Erlangen Spieler am 1. September um 22 Uhr einen Feldforschungsdurchbruch, indem sie sieben Forschungsstempel einlösen, begegnen sie einem Alola Raichu. Dieses kann dabei auch in seiner Shiny-Version auftauchen. Für mich an sich sehr uninteressant. Ich habe damals natürlich mit meinen 2 Millionen Accounts, äh, im Alola Raichu Raids gemacht. Habe auch relativ schnell einen Shiny bekommen. Es gibt sicherlich viele Leute, die haben noch nicht mal einen Alola Raichu, weil sich dann keine Leute mehr gefunden haben, die da von Raids machen. Oder ihnen fehlt halt das Shiny. So haben die die Möglichkeit auf einen Shiny. So, ist eine gute Sache. Ich finde es jetzt uninteressant. Da fand ich Zurokeks an sich schon besser, gerade um ein Gutes zu bekommen, gerade um Bonbons mitzunehmen. Der Geitsch, also der Manns Haulwurf, hat er ja auch übelst abgerissen. Hat zwei Hunderter Zurokeks in dem Monat bekommen aus dem Feldforschungsdurchbruch. Jetzt hat er Zurokeks und Irokeks als Hunderter. Wie findet ihr Alola Raichu? Ich denke mal, die erfahrenen Spieler sind eher enttäuscht und die neueren Spieler sagen, ja, nimmt man mal mit. Aber so extrem, riesig, überrascht und freudig ist bestimmt keiner. Ich glaube, das ist jetzt nichts, wonach die Leute sich die Finger lecken. Aber was gibt's da überhaupt? Nix, ne? Ist egal, was sie reinpacken, ihr seid eh immer unzufrieden. Ihr, nicht ich. Ihr seid unzufrieden. Wechselnde legendäre Raidbosse im September. Es geht also ernüchternd weiter. Denn wer schon dachte, was, Alola Raichu, wer braucht denn sowas? Hier habt ihr die ganze Aufstellung. Für den September wechselnde Raidbosse. Ich meine, für mich und die Raidmania ist das eine sehr coole Sache. Besser, als wenn jetzt irgendein Pokémon da ist, was einen ganzen Monat da ist. Ich vier Raidmanias mit demselben Pokémon machen müsste. Was es dazu nicht mal als Shiny gibt, weil es das erste Mal da ist. Obwohl von euch natürlich das Interesse dann groß ist. Jetzt haben wir aber vom 21.8. bis 10.9. nochmal Heatran. Heatran, wie auch immer. Da fehlt mir zum jetzigen Zeitpunkt noch ein Hunderter. Ja, würde ich natürlich gerne mitnehmen. Würde ich auch maxen, wenn ich einen Hunderter habe. Shinies habe ich heute bei der Raidmania vier Stück bekommen. Ist also, ja, vielleicht gibt es ja das Hunderter-Shiny. Kann man auch mal mitnehmen. Ist trotzdem ein cooles Pokémon. Dann Chrysalia. Chrysalia, muss ich sagen, finde ich ultra nervig zum Fangen. Weil das immer nach links und nach rechts fliegt, schwebt. Was auch immer das da macht. Shiny habe ich schon. Lucky habe ich schon. Also von allen hier habe ich schon Shiny und Lucky. Chrysalia. Für manche interessant. In der Hyperliga, glaube ich. Ich bin jetzt nicht so begeistert. Da hätte ich sogar lieber noch eine Woche Heatran gemacht, als Chrysalia mitzunehmen. Denn ich finde generell nur für Raids oder so ist Chrysalia halt jetzt wirklich unbrauchbar und einfach zu schwach. Dass selbst ein Hunderter nicht unbedingt, ja, so verlockend für mich ist. Sagen wir es mal so. Chrysalia trotzdem für viele Leute wird es neu sein. Und für viele Leute, die werden da sicherlich noch das Shiny brauchen. Also gönnt euch. Wir werden trotzdem eine Raidmania-Stunde dazu abhalten. Denke ich mal. Ich habe nämlich noch keine gehabt von Chrysalia. Dann vom 18.9. bis 25.9. gibt es dann Arctos. Arctos, ne. Team, Blau, Maskottchen. Alle drehen durch. War das erste legendäre Pokémon in Pokémon Go. Ist an sich eigentlich ein nützliches Pokémon. Hat aber die schwächsten Wettkampfpunkte von den legendären Vögeln, glaube ich. Also Zapdos und Lavados kommen, glaube ich, höher. Arctos, glaube ich, am schwächsten von den drei Vögeln. Trotzdem war lange nicht da. Hatte seinen eigenen, also war schon im Feldforschungsdurchbruch. Es gab es als Krypto. Es hatte seinen eigenen Raid-Day. Genauso wie Zapdos und Lavados. Lavados fehlt hier auf dieser Sammlung komplett. Eigentlich wäre es in meinen Augen sinnvoller gewesen, statt Chrysalia noch Lavados reinzunehmen, sodass ihr im September eben Arctos, Zapdos, Lavados habt. Und den Rest von Heatran. Anstatt ein Chrysalia zwischendurch reinzuquetschen. Und dann fehlt ein Vogel. Dann würde man ja denken, dass es im Oktober mit dem letzten Vogel weitergeht. Dass der als erstes kommt. Und schon ist es gar keine Überraschung mehr. Trotzdem Arctos wird vielen fehlen. Viele brauchen sicherlich noch einen Shiny. Zapdos wird genauso sein. Wird vielen fehlen. Brauchen viele auch noch einen Shiny. Die aktiven Spieler haben natürlich schon alles. Aber so eine Arctos Raid-Mania, eine Zapdos Raid-Mania nehme ich natürlich gerne mit noch auf der Suche nach einem Hunderter. Und alle Shinies, die ich hatte, damals muss sich theoretisch schon weggeben oder wegtauschen. Also nochmal die Gelegenheit, ein paar zu sammeln. Ist halt nichts Neues. Aber was will man machen? Das kriegen wir jetzt geboten. Die Leute haben heute schon gesagt, es wird sicherlich als nächstes das Schwarze und das Weiße Kyurem kommen. Weit gefehlt. Aber ihr habt was, was trotzdem fliegen kann. Nämlich Gryselia, Arctos und Zapdos. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr Interesse an diesen legendären Pokémon? Welches von den Vieren findet ihr am coolsten? Am nützlichsten? Oder was davon braucht ihr noch? Ich finde Zapdos immer noch unser gelbes Maskottchen. Gefällt mir am besten. Aber vielleicht braucht ihr ja einfach Gryselia. Und deswegen sagt ihr, ihr freut euch am meisten auf Gryselia. Schreibt es mal rein, welches von den Vieren euer Highlight ist. Oder ob ihr alle Vier braucht. Oder ob ihr gar keins braucht. Dann die Rampenlichtstunden. Und da sind diesmal gleich fünf Stück aufgelistet. September hat nämlich mehr Tage als ein normaler Monat. Deswegen gibt es auch mehr Wochen. Damit man die ganzen vielen Tage auch unterbringen kann. So habt ihr am 1. September eine Rampenlichtstunde mit Evoli und doppelten Fang-EP. Hat er schon ein C-Day? Ist ein C-Day-Pokémon. Ist übrigens das einzigste C-Day-Pokémon jetzt hier auf der Liste. Gibt es als Shiny? Müsste eigentlich jeder als Shiny haben. Die gibt es so oft. Doppelt Fang-EP. Für mich jetzt nicht so interessant. Evoli brauche ich auch nicht. Kein Bedarf. Für euch vielleicht trotzdem süßes Pokémon. 8. September Hunduster. Finde ich. Ist schon was Besseres. Doppelte Fang-Bonbons. Hätten sie da lieber mal Sternstaub gemacht. Dann wäre das heftig. Hunduster gibt es auf jeden Fall auch als Shiny. Ist meiner Meinung nach seltener als Evoli. Wie, gönnt euch also Shiny Hunduster in der Stunde, wenn ihr Glück habt. 15. September Tentara. Doppelte Verschick-Bonbons. Nutzt man die Stunde, um Tentara zu jagen? Oder nutzt man die Stunde, um seine legendären Pokémon zu verschicken? Das ist die Frage. Tentara, trotzdem auch wieder Generation 1. Cooles Pokémon. Cooles Shiny. Seltenes Shiny auch, meiner Meinung nach. Wird mitgenommen auf jeden Fall. Wir spielen, solange die Corona-Boni bleiben, sowieso jede. Am 22. September dann Habitag. Habitag. Und doppelte Entwicklungs-EP. Ja, aber zum Entwickeln ist ja keine Zeit. Beziehungsweise, wenn Habitag zu dem Zeitpunkt, es ist ja noch nicht als Shiny im Spiel. Wenn es bis dahin immer noch nicht als Shiny im Spiel ist, könnt ihr natürlich auch einfach fangen, entwickeln. Fangen, entwickeln. Alles andere entwickeln und Habitag etwas vernachlässigen. Denn wer noch kein Habitag hat, der gönnt sich halt 50 Bonbons, entwickelt das, hat den Eintrag. Für mehr ist das eigentlich nicht zu gebrauchen. Und am 29. September noch Eneko mit doppelten Fangsternen-Staub. Aber meiner Meinung nach halt, weiß ich nicht. Auch wieder ein nutzloses Pokémon. Ich hätte es am coolsten gefunden, wenn es Hunduster mit doppelt Staub gibt. Das wäre mein Highlight gewesen. Ansonsten kann alles Shiny sein, außer Habitag. Habitag also vielleicht die uninteressanteste Spotlight-Stunde. Von den Pokémon her finde ich Hunduster und Tentara am coolsten. Ihr feiert sicherlich noch Eneko wegen Shiny. Und wenn man es von der Shiny-Sicht betrachtet, dürfte Evoli am uninteressantesten sein. Weil das eben schon ein Seeday hatte, als einziges Pokémon davon. Obwohl, wer halt wirklich alle Entwicklungen haben möchte, auch als Shiny, und den Seeday nicht gespielt hat, der braucht natürlich noch Evoli. Schreibt ihr also mal rein, was ist eure Lieblings-Spotlight-Stunde davon? Und welche findet ihr am uninteressantesten? Für mich also am uninteressantesten Habitag und am coolsten, glaube ich, Hunduster. Hunduster für mich noch besser, weil da nehme ich wenigstens die Bon-Boms noch mit. Von den Verschickt-Bon-Boms bei Tentara habe ich eh nichts, weil dann kann ich keinen Tentara fangen, wenn ich im Beutel bin und Legendäre verschicke. Also Platz 1 Hunduster, letzter Platz Habitag. Ab, ab, fertig, zack. Kampfabend haben wir auch noch hier. Am Donnerstag, den 24.09. findet zwischen 18 und 0 Uhr ein Kampfabend in Pokémon Go Start. Währenddessen erhalten Spieler jeweils die doppelte Menge an Sternenstaub, wenn sie in der Kampfliga Kämpfe gewinnen. Sets abschließen oder aufsteigen. Damit sich das lohnt, können in diesem Zeitraum statt der üblichen 5 ganze 20 Sets mit insgesamt also 100 Kämpfen ausgetragen werden. Das ist natürlich korrekt. Wer kein Leben hat, der spielt also dann gleich 6 Stunden am Stück die Go-Kampf-Liga und macht 100 Kämpfe im Livestream. Perfekt, 6 Stunden kämpfen, Go-Battle-League, zack. So muss das sein, hin und her. Ich natürlich nicht. Ist ja Donnerstagabend, keiner hat Zeit. Ich habe es ja am Donnerstag noch nie gestreamt. Wollen wir einen Kampfabend-Stream machen? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich hoffe, ich muss das Kommentarfeld deaktivieren. Sonst schreibt es wirklich nur einer rein. Nein, mal gucken, was wir machen können oder was so geht. Spezialforschung, eine geheimnisvolle Energie. Gegen Ende September wird an dem Pokémon Go eine Spezialforschung für alle Spiele erscheinen, bei der man die Möglichkeit hat, dem mysteriösen Triumph-Pokémon Victini zu begegnen. Denn Spieler, die dieses bereits bei der Forschung im Rahmen des Go-Fests fangen konnten, erhalten stattdessen eines Encounters Victini Bonbons. Wisst ihr ja, war ja immer so. Deswegen, es ist ja keine Abzocke oder irgendwie Pay-to-Win und man kriegt das nur damit. Es war ja schon immer so. Beim Go-Fest oder den Safaris, ihr habt halt eher Zugriff auf die Spezialforschung als der Rest, bekommt das Pokémon schon eher als die anderen. Aber es bekommen im Endeffekt ja trotzdem alle. Es ist also nicht, dass man sich manche Sachen im Spiel wirklich erkaufen muss. Und wenn man nicht reincasht, einem was entgeht. Weil viele immer sagen, Pay-to-Win, sonst was, keine Ahnung. Ist ja aber Quatsch. Es war noch nie so, dass ihr was nur durch Geld bekommen habt. Außer Medaillen. Aber die bringen euch ja keinen spielerischen Vorteil oder irgendwas. Genau wie die Spezialforschungen mit Genessekt irgendwas. Ihr habt das eher bekommen durch die Forschung. Aber mittlerweile kam es in Raids für alle. Also seid nicht immer so gehässig. Von wegen. Ist unfair. Ich bezahle da nichts dafür. So ein Schweiß. So ein Scheiß, ne. Und das letzte. JC und James verabschieden sich aus Pokémon Go. Zum Abschluss der News wurde noch bekannt gegeben, dass JC und James ab dem 30.09. nicht mehr in Pokémon Go vertreten sein werden. Bis dahin hat man nun noch Zeit, um dem Mautzi-Ballon zu begegnen, ihre Krypto-Pokémon zu fangen. Anschließend werden sie zumindest vorerst nicht mehr zu finden sein. Da bin ich froh drüber. Auf der einen Seite, da mir dann die Leute nicht mehr permanent ihre Shiny-Red-Hahn und Shiny-Smallgons schicken als Kryptos, damit ich am Durchdrehen bin. Auf der anderen Seite finde ich es eigentlich schade, weil wenn weiter diese Rocket-Ballons trotzdem da sind, warum dann ausgerechnet JC und James rausnehmen? Die sind doch eigentlich cooler als die Rocket-Ballons und... Ja, ich verstehe es nicht. Es hat Spaß gemacht. Man konnte immer gleich zwei Kämpfe machen gegen JC und gegen James nacheinander. Man hat ihn mit einem Pokémon weggehauen, wenn man Regiroc genommen hat oder so, habe ich das ja immer. Es hat trotzdem Spaß gemacht. Es war ein Highlight am Tag, wenn man nicht diesen dunklen, schwarzen Ballon gesehen hat, sondern diesen hellen, cremefarbenen Mautzi-Ballon. Jetzt die wieder rausnehmen. Es sind nur eine bestimmte Zeit da gewesen. Hätten sie halt die Pokémon gewechselt, irgendwas, keine Ahnung. Obwohl das ja auch wieder nicht cool gewesen wäre. Ja, keine Ahnung. Werdet ihr JC und James vermissen? Schreibt es mal in die Kommentare. Habt ihr noch Bedarf an JC und James? Braucht ihr noch was von denen? Sollen die euch noch was vorbeifliegen? Schreibt es mal in die Kommentare. Das waren jetzt eigentlich alle Sachen. Also, JC und James, findet ihr gut? Findet ihr schlecht? Werdet ihr sie vermissen? Habt ihr schon Victini? Wie gut ist euer Victini? Was ist eure Lieblings-Spotlight-Stunde? Auf welche könnt ihr verzichten? Welche findet ihr richtig kacke? Auf welchen Raid-Boss freut ihr euch am meisten? Welchen braucht ihr noch? Und natürlich, was sagt ihr zum Feldforschungsdurchbruch? Das waren die News für September. Da kommt einiges auf uns zu. Aber eigentlich ist alles davon egal. Jetzt den Wendler hier einblenden und dann haben wir es. Nein. Man darf ja nicht nur an sich selber denken. Also, ich finde, es ist jetzt nichts Krasses dabei, was mich vom Sockel haut hier. Aber für euch gibt es da bestimmt das ein oder andere Schmangerl. Und das werdet ihr mir jetzt sagen, welches das ist. Das war es von meiner Seite aus. Ich habe mir jetzt noch eine Pizza in den Ofen gehauen. So eine dicke, fette American Hawaii mit Fettrand, der nur aus Luft besteht und innerhalb von 10 Sekunden wieder komplett kalt ist. Deswegen, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.